Wir werden oft gefragt, was eine Autoaufbereitung kostet oder eine Lackaufarbeitung. Was kostet eine Autopolitur bei euch? Das hängt von vielen Faktoren zusammen. Schaut euch mal diesen Porsche 911 997 Cabriolet an. Wir haben überall eingebrannte Insektenreste. Bei der technischen Beleuchtung sieht man alles erheblich besser. Man sieht auch überall eindeutig die Kratzer. Wir sehen hier auch Hologramme von einer falschen Politur. Wir sehen hier eingebrannte Kalkflecken. Zumal auch hier man ab einer bestimmten Lichtperspektive, Einfallwinkel, dann auch sehen kann, wie der Lack hier tatsächlich auf der Bühne aussieht. Dementsprechend zeigen wir hier die Möglichkeiten auf, was wir alles machen können, was es kostet. Letztendlich finden wir eine gemeinsame Entscheidung und machen euer Auto fertig. Ihr könnt eine Besichtigung telefonisch vereinbaren oder wir haben auf der Homepage auch eine Terminfunktion über Bookings. Da könnt ihr auch ganz bequem, je nachdem wie ihr Zeit habt, auch mal so eine Besichtigung vereinbaren. Wenn wir mit einem gewaschenen Fahrzeug kommen, dann gucken wir uns das mal alles hier unverbindlich bei uns an. Bis dahin, ciao.